Guten Morgen aus der Quarantäne. Heute gehen wir mal einkaufen. Ich bin heute wieder im Homeoffice, werde jetzt mal am PC arbeiten und danach ist dann geplant, dass ich einkaufen gehe. Deshalb auch die Masken schon ready und ja. Neue Einkaufsliste wird geschrieben. Es war aber jetzt richtig viel los, hätte ich mir gar nicht erwartet, dass jetzt hier das Nachmittags so viele Leute dort sind und ich muss sagen, mit Maske einkaufen ist im ersten Moment schon komisch, aber man vergisst eigentlich gleich mal drauf und ja, ich wollte jetzt im Shop drin jetzt nicht die ganzen Leute filmen und so, weil ich das Gefühl habe, dass die sich eh alle schon unwohl fühlen mit den Masken und wenn ich da jetzt anfange alle zu filmen, das ist etwas ungut. Deshalb gab es jetzt so gut wie keine Aufnahmen von drin, aber ja, alles easy, Gewinnungssache alles und jetzt mal heimfahren, das Zeug heimtrinken. Zum wholes- und jetzt mal heim, es wird jedes Playstation fürs Morgen gelegen, das All raison, jetzt mal heimert! Untertitelung. BR 2018